Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play, diesmal von Ihnen Björn. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play bei meinem Kanal. Wir fahren mittlerweile schon auf englischer Seite. Okay, es kommt uns Geisterfahrer entgegen an alle Geisterfahrer. Ich hoffe es macht euch Spaß, es ist mittlerweile glaube ich der fünfte oder sechste Teil. Ich habe mittlerweile so leicht über sich verloren. Ich hoffe es macht euch Spaß, wir sind hier in einem Konvoi mit ich glaube noch sieben Leuten. Oder fünf. Oder null. Und ja, wir haben mittlerweile es aufgegeben, ordentlich zu fahren. Ha, ich sie erinnern! Und ja, zwischendrin gab es zwei, drei Probleme. Natürlich. Darüber werden sich die Leute, die jetzt bei Twitch mitschauen, wahrscheinlich schon beömmeln. Bei Zuschauern. Ich weiß nicht wie viel ich habe. Ich mache das ja nicht, damit ich Fame bin, sondern ich mache das, weil es mir Spaß macht. Ja, du möchtest damit weitermachen. So, ich such gerade eine Abfahrt, wo ich sperren kann. Okay, es kommt glaube ich keine Abfahrt mehr. Google ist dann vorn. Weil die Abfahrt ist effiziell noch nicht implementiert im ETS. Sieht, er würde sich auch schon nach und verkneifen. Wer? Geisterfahrer. Geisterfahrer, denn... Bei dem sind wir schon lange vorbei. Ich muss mal kurz ein Report starten. Ah! Standbild! Standbild! Entschuldigung! Ja, was sonst? 993... Falls... Achtung, Geisterfahrer! Ist mir wurscht. Komm, ey, scheiße, das war die Leitplanke. Geisterfahrer, links! Äh, Wrong Way. Wrong Way, genau. Welche Nummer? 993. 993? Ja. Ja, Leute. So geht es einem, wenn man nicht ordentlich fährt. Okay. So, einmal kurz den Konvoi Stopp. Hä? Einmal kurz den Konvoi Stopp. Einmal alle melden. Das geht auch während der Fahrt. Da sind keine Eier. Naja, da kann man aber nicht lenken. Nur es geht schon. Ja, und? Schnell schreiben? Schnell schreiben! Schnell schreiben! Oh, Flash Report... 993... Wrong... ...Way. Und irgendwie gibt es hier... Irgendwie ist England nicht so gut ausgebaut wie Deutschland. Naja, die haben halt die gleichen Straßen, nur fahren wir auf der anderen Seite. Kerstoff, gib Gas! Bin ich schon bei! Sonst spreng ich dich in die Luft, hab genug davon! Oh nein, scheiße! Auch noch hinter mir! Oh ja! Wo sitzen eigentlich SCS Software, wenn ich mal so fragen darf? Was? Wo sitzt eigentlich SCS? SCS? In der tschechischen Republik. Also in Tschechien. Ja, da kann ich mich nur daran erinnern, weil ich mir von denen eine Genehmigung geholt habe. Wer ist SCS? SCS ist... SCS ist die Hersteller von ETS. Achso. Konvoi-Geschwindigkeit liegt wieder bei 70. Äh, ich würde nicht, weil der fiese Fetzer gerade anscheinend irgendein Problem. Mhm, ich bin gerade vorbeigezogen. Einmal an uns als Player jetzt noch, die jetzt lieber mit drin sind. Holt euch vorher eine Genehmigung, wenn ihr das hochladen wollt. Okay. Ja. Einfach anschreiben, ihr kriegt dann 5 Blätter oder so als E-Mail. Die müsst ihr euch dann ausdrucken. Weil man auch keinen Drucker hat. Dann müsst ihr die E-Mail behalten. Weil man, äh, kein Internet hat. Dann kannst du auch keine Videos hochladen. Weil man auch keine E-Mail-Adresse hat. Dann kannst du auch keine Videos hochladen, weil du dich ja irgendwie, äh, anmelden musst. Ja, halt nur schauen, ob er irgendwo eine Ausrede hat. Lass dir mal einfallen. Ja, Leute. Ich steig hier von der Tankstelle aus. Ich muss weg. Warum? Freundliche... Dinge? Ja. Alright. Man sieht sich, gell? Man sieht sich, gell? Meldest du hier? Ja. Schau mal. Ja. Ausreden. Ciao. Ja, tschuuu. Ähm... Tschau. Also beim ersten fahren wir jetzt noch geradeaus weiter. Also geradeaus weiter, das heißt... Okay, alle links runter. Ja, also nicht abfahren, geradeaus weiter fahren. Negativ. Sorry. Ja, ich mach gerade hier die Ausfahrt dazu. Bei der zweiten auch geradeaus weiter fahren. Danach geht es wieder auf die Langstraße. Kommt ihr dahinten schon? Ja. Na nix gay. Okay. Soll ich die andere gleich dicht machen, weil die kommt auch jetzt hier gleich? Ja, du kannst wieder weiter fahren. Okay. Bei der nächsten müssen wir abfahren. Also... Jetzt kommt noch eine... Ach der, also die zweite dann. Okay. Wenn ihr bei der ersten vorbei seid, dann die zweite. Und nach der fahrt ihr ab. Jo. Also, Cardiff halten. Auf Cardiff? Ja, genau. Wie schnell fährt der Conway? Ganz vorbei. 70. Soll ich anhalten oder... Na na, passt schon. Ne, passt schon. Ich hab nur... Wolltest du nur wissen. Welche Sprache? Hä? Na, wegen Englisch. Wegen Melden. So, äh... Wir müssen danach direkt bei Southampton abfahren. Dritte Spur. Also... Wir anfangen vor. Ja. Achtung, Gegenverkehr. Nein, ich hab aber... Und das haben jetzt die Leute bei YouTube auf alles schön gesehen. Schön brav. Beauty. Suppi. Egal. Ja, das ist das, wer mal ein Kolonnengeleit fährt. Man muss halt einfach nur Gas geben. Oder auch bremsen. Definitiv. Gebühren! Ja, ähm... Hier geradeaus weiter? Ja, mein geradeaus. Hat man eigentlich meine Umfälle bei dir auch drauf, oder was? Ähm... Wenn ich bei dir in der Nähe war, ja. Alter. Halt die Klappe, Alter. Ja. Achso, ja stimmt. Das war ja die Situation. Wenn die Kamera an war in dem Moment, ja. Ja, fahr doch. Weil ich schneit ja meine Sachen nicht zusammen. Ich nehm die ja auch. Ich bin auch 70. Wenn du meine LKW siehst, weißt du, dass ich nicht der Letzte bin. Ja, ey. Ähm... An alle die, die bei Twitch gerade zuschauen, ähm... Tut mir leid, dass ich jetzt im Moment ein bisschen den Chat ignoriere. Ähm... Aber... Würde nichts mehr denken, danke. Ihr seht ja, was hier los ist quasi. Einfach kurz fassen. Hilft immer. Ja. So, und damit wäre jetzt fast der Part hier jetzt auch schon zu Ende. Wie viele Zuschauer hast du denn? Neu. Kann ich dir das sagen? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß echt nicht, wie viele wir gerade zugucken. Also vorhin waren es zwischendurch, ich glaube, 10, 11 Stück. Bis zu unserem Heartbreak. Wo alle rausgeflogen sind. Neu. Immer so eine Scheiße. Ehrlich gesagt, ich habe bis jetzt nur einen Zuschauer gehabt die ganze Zeit über. Und dann war es zwischendurch mal, dass ich... Ich habe null, weil ich mache keine Live-Übertragung. So, hast du ja gesagt, du machst einer? Hab ich erst geplant, aber ich nehme trotzdem auf. Aber mach ich nicht für Twitch, weil wegen Internet halt kein Mann ja. Jaa. Ja dafür sind ja zwei andere am Lesting oder so. So, doch wer ist die 8.03. Ich liebe ihn. Ja, ich mach trotzdem Aufnahmen, kommt dann auf YouTube. Ja, ja. Wie gesagt, da bräuchte ich von allem anderem nochmal die Links. So, und jetzt nochmal an alle. Ich mach hier jetzt Fahrtende. Oh, ne. Das mach ich erst nach der Kurve. Weil wir ansonsten die Viertelstimme 20 Minuten überschreiten. Ich muss gucken, da ist die Fahrt sinnvoll. Ich hoffe, es macht euch Spaß mir zuzuschauen, wie ich LKW fahre. Es ist bestimmt zwischendurch echt lustig. Oder ab und zu richtig langweilig. Oder ab und zu richtig peinlich. Ne, also unser, mal ganz ehrlich, unser dummgeschwitzt macht wahrscheinlich die meisten Views aus. Ey, Gas geben da vorne. Und irgendwas muss halt die Wirtschaft leben, ne? Genau. Und, jo. Lasst mir Abos da, lasst mir Daumen da. Schreibt mir in die Kommentare, ob es euch gefallen hat. Wenn nein, was ich immer so. Äh, jo. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö, tschau mit A und tschüss mit Ö. Musik Untertitelung des ZDF, 2020